So, Sebastian, jetzt müssen wir einmal ganz tief durchatmen. Jetzt kommen die schweren Themen dieses Abends auf den Tisch. Lass uns loslegen mit einer ganz einfachen Meldung. Der Vereinsbeirat hat sich heute gemeldet. Ihr wisst es natürlich, am Freitag lief die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt für die nächsten vier Jahre aus. Also sprich, bis Freitag 0 Uhr hatten Interessenten die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und jetzt schaut sich der Vereinsbeirat die eingegangenen Bewerber genau an. Es gibt da auch ein Zitat von Wolf Dietrich Erd, dem Vorsitzenden. Da sagt er, es ist uns bewusst, dass seitens unserer Mitglieder ein großes Interesse besteht, schon zum jetzigen Zeitpunkt die Namen der Bewerber zu erfahren. Wir können dieses Interesse sehr gut nachvollziehen. Wir bitten an dieser Stelle aber um Verständnis, dass wir den ausdrücklichen Wunsch von Bewerbern respektieren werden und an diesem Punkt des Verfahrens deshalb keinen Namen kommunizieren oder kommentieren, muss man noch dazu sagen. Ja, wir wissen aber, weil der Vereinsbeirat es uns mitgeteilt hat, dass es neben Klaus Vogt noch drei weitere Kandidatinnen bzw. Kandidaten gibt, die sich eben auf das Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart bewerben. Zwei, wissen wir ja eigentlich ziemlich genau, wer das sein müsste. Einmal der Herr C., den wir letzte Woche schon mal kommuniziert hatten. Genau, dessen Bewerbung ja mehr oder weniger Sekunden, nachdem er den Umschlag in den Briefkasten der Mercedes-Benz-Straße eingeworfen hat, gab es ja dann einen Artikel in den Stuttgarter Medien, dass er sich bewirbt. Also insofern wissen wir sehr genau, der Herr C. bewirbt sich und auch von... Ja, die andere da. Die Dame, die sich für jedes Amt in Baden-Württemberg bewirbt, auch von ihr gibt es eine Bewerbung und die wird vermutlich aussortiert, weil sie nicht über die nötigen Qualifikationen verfügt. Dagegen wird sie dann klagen und ja, alles wie immer. Aber wir wissen eigentlich relativ genau, wer sich beworben hat. Das ist Klaus Vogt, Volker C., die Dame und Mr. X. Ja, Mr. X ist jetzt die große Frage. Da gibt es ja, ich möchte sagen, fast schon Verschwörungstheorien aktuell. Also ich sage mal so, ich bin ganz ehrlich, ich traue es dem Vereinsbeirat durchaus zu, dass man hier einen Platzhalterkandidaten aufstellt. Ah, schön, ja, ja. Ich kann mir alles vorstellen, weil es wird halt mit allen Mitteln aktuell gekämpft, von allen Seiten. Da kommen wir nachher noch vielleicht ausführlicher drauf zu sprechen. Aber es ist einfach durchaus möglich, dass sich vielleicht aktuell noch gar kein direkter Kandidat im Pool befindet und der Vereinsbeirat einfach weiter auf der Suche ist. Denn, wir haben ja schon darüber gesprochen, theoretisch kann der Vereinsbeirat auch nach dieser Frist selber Kandidaten noch nominieren oder aufstellen. Das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Es wäre natürlich dann auffällig, wenn du jetzt sagst, es gibt neben Klaus Vogt zwei weitere Kandidaten. Dann wissen wir, das ist C und die andere Frau. Äh, nicht die andere Frau, sondern C und die Dame. Und jetzt auf einmal wird aber Klaus Vogt aufgestellt und Mr. X. Ja, dann wissen natürlich alle, okay, der Vereinsbeirat hat nachträglich jemanden angesprochen und den zur Wahl gestellt. Das kann man auch jetzt nicht groß kritisieren, weil es halt einfach die Satzung hergibt. Also das ist dann ein Problem, das müssten die Mitglieder ändern, denke ich mal. Dann müsste man, ich weiß nicht, das würde ja wahrscheinlich gehen durch einen Antrag auf Satzungsänderung in diesem Punkt, oder? Naja, klar. Müsste möglich sein. Aber prinzipiell ist das legitim, sozusagen. Ähm, aber dass ich überhaupt darüber nachdenke, dass sowas möglich ist. Der Vereinsbeirat hier einfach sagt, es gibt drei Kandidaten, ähm, und, ähm, unter Umständen ist der dritte Kandidat noch gar nicht ausgewählt, beziehungsweise vielleicht ein vom Vereinsbeirat angesprochener Kandidat, der aber seinen Namen noch nicht, äh, an die Öffentlichkeit weitergeben möchte. Irgendwie nervt mich das schon wieder. Natürlich gab es das auch bei der letzten Wahl, ja, dass es Kandidaten und Kandidatinnen gab, die, äh, nicht namentlich genannt werden wollten. Und da haben wir auch schon darüber nachgedacht, Mensch, äh, ist es überhaupt gut, wenn jemand den Namen nicht nennen möchte und eigentlich sich für so ein Amt bewirbt und so. Sind damals, glaube ich, auch zu dem Entschluss gekommen, erst ist ja eigentlich okay, also das gehört halt einfach dazu, dass sowas möglich sein muss. Und, äh, am Ende haben wir ja trotzdem alle Namen gewusst, letzten Endes, beziehungsweise wurden auch bekannt gegeben vom Vereinsbeirat. Nur trotzdem vertraue ich diesem Gremium nicht mehr. Das bringe ich mal so direkt auf den Punkt. Und das ist eigentlich ein Problem, wenn hier ein Mitglied sitzt und sagt, ich vertraue dem Gremium nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Sebastian. Wie ist dein Gefühl, wenn du von den, äh, Kandidaten hörst, Kandidatinnen hörst und, ähm, ja, wie schätzt du die aktuelle Lage ein rund um die Wahl des Präsidenten? Ähm, also mit dem Statement des Vereinsbeirats heute bin ich tatsächlich erst mal sehr zufrieden. Denn, äh, wenn kommuniziert wird, es gibt drei Bewerber neben Klaus Vogt, dann haben wir Volker C, die Dame und Mr. X oder Mrs. X. Ja. Und, ähm, das macht es dem Vereinsbeirat aus meiner Sicht quasi unmöglich, Klaus Vogt nicht zu nominieren. Und, ähm, das ist echt so mein Kernanliegen. Ich halte es tatsächlich, also du hast gesagt, du vertraust dem Gremium nicht, ich vertraue diesem Gremium auch überhaupt nicht. Also, ich vertraue ihm zumindestens nicht insoweit, ähm, dass ich davon überzeugt bin, ähm, dass meine, also meine persönliche, meine persönlichen Rechte als Mitglieds irgendwie von diesem, ähm, Gremium umgesetzt werden. Ähm, insofern vertraue ich dem Gremium auch nicht. Ähm, aber bei drei, äh, äh, möglichen Gegenkandidaten, von denen halt zwei bekannt sind, ist es für mich schlichtweg unmöglich, ähm, Klaus Vogt nicht zu nominieren. Diese, diesen, diese Angst habe ich tatsächlich immer noch im Hinterkopf, also die schwingt bei mir noch mit. Ich halte das nach wie vor nicht für unmöglich, ähm, aber wenn es nur so wenig Kandidaten gibt, ähm, dann halte ich es dann tatsächlich für praktisch unmöglich. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Und mir, mir geht es echt nicht darum, ähm, dass Klaus Vogt auch erneut gewählt wird. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Mir geht es darum, dass er aufgestellt wird, dass die Mitglieder ihn wählen können, weil er ist dann vermutlich, ach, der beliebteste Präsident seit, 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 seit Menschengedenken beim VfB. Und, ähm, die Mitglieder sollten dann die Möglichkeit haben, ihn auch erneut zu wählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Kandidaten findet, der noch beliebter ist, äh, von dem die Mitglieder sagen, der ist noch besser als der Klaus Vogt, natürlich, dann stellt ihn auf und dann lasst die Leute wählen. Ähm, aber ihn nicht aufzustellen, das wäre, ja, grobes, ein grobes Foulspiel, ähm, und das geht gar nicht. Und, ähm, das heutige Statement mit so wenigen Mitbewerbern, ähm, ja, das lässt mich hoffen, ähm, dass wir, dass wir eine Wahl bekommen, ähm, in der die Möglichkeit besteht, halt, den Amtsinhaber erneut zu wählen. Du hast gerade was gesagt, das finde ich ganz wichtig. Ich will wirklich, und das ist unabhängig von Klaus Vogt, den bestmöglichen Präsidenten für den VfB Stuttgart. Das heißt für mich, ein Präsident, der im Sinne des Vereins handelt und im Sinne der Mitglieder und möglichst unabhängig von anderen Gremien entscheidet. Damit meine ich natürlich nicht, dass man sich nicht verständigen darf und unterschiedliche Meinungen haben darf und dann vielleicht auch mal sich anpassen muss oder unterordnen muss einer Meinung. Das gehört da mit dazu. Diskussion finde ich sowieso grundsätzlich wichtig. Also, es müssen sich auch nicht alle verstehen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist völlig okay, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber für mich ist es wichtig, dass derjenige, der den VfB dann ab dem 18.03. repräsentieren wird, dass das der bestmögliche Präsident ist. Und das ist auch die Aufgabe aus meiner Sicht des Vereinsbeirats, diesen, diese Frau oder diesen Mann zu finden, der die bestmögliche Wahl, äh, für den VfB ist. Beziehungsweise am besten wäre es, wenn es zwei Kandidaten gibt, äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch definitiv zwei Kandidaten bei der Wahl geben. Also, wir werden definitiv eine Wahl haben. Es wird nicht nur Klaus Vogt aufgestellt oder im schlimmsten Fall, ähm, irgendjemand anderes. So, äh, und das ist für mich, wie gesagt, das Entscheidende. Und ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass es für alle in diese Richtung geht, sondern, äh, wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, ich glaube wirklich, dass hier der ein oder andere Vereinsbeirat oder Vereinsbeirätin, äh, schon auch eigene Interessen verfolgt. Und das geht mir einfach auf den Sack. Und, und das ich so denke, das hängt auch damit zusammen, wie es unter Dietrich hier lief, äh, das hängt auch damit zusammen, wie sich Vereinsbeiräte damals auf der Mitgliederversammlung 2019 positioniert haben. Und es wird beim VfB einfach weggeschwiegen. Da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet. Ja, also das ist auch ein Problem. Ich habe das schon ein paar Mal thematisiert und ich kann es nicht oft genug sagen. Man kann sich auch einfach mal hinstellen und sagen, man hat die Situation damals falsch eingeschätzt. Dann belügt uns halt. Ist mir scheißegal. Stell dich hin und sag, hey, ich habe damals Scheiße gebaut. Oder du musst doch nicht mal sagen, du hast Scheiße gebaut, sondern du hast dich damals blenden lassen. Nimm doch Dietrich einfach als den Lügner, der ja sowieso war. So, sag doch einfach, der Dietrich hat uns alle verarscht. Der hat nicht mit offenen Karten gespielt. Wahrscheinlich machen sie sich dann rechtlich angreifbar oder so, wenn sie sowas sagen. Oder anders. Wahrscheinlich kann dann irgendjemand nachweisen, ja, Moment mal, aber ihr habt alle Daten gehabt, beziehungsweise alle entscheidenden Informationen. Ihr hättet das eigentlich wissen müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mit offenen Karten in Sachen Quadrex gespielt hat. Beziehungsweise gibt es ja da immer die Aussage, jetzt rede ich schon wieder wahrscheinlich totalen Bullshit, aber es gibt ja immer diese Aussage, dass es rein rechtlich alles in Ordnung war. Aber das war ja nie das Thema. Die moralische Frage war die entscheidende. Und die hat man damals eigentlich schon so beantworten müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mehr tragbar war. Und als das alle gewusst haben, alle Mitglieder oder die meisten, ja, dann gab es immer noch Leute vom Vereinsbeirat, die sich hingestellt haben und der Meinung waren, Dietrich ist das Beste, was uns hier passiert ist. Heil Dietrich, wir müssen einfach zu ihm halten. Es kann keinen besseren geben. Und dass das nie richtig aufgearbeitet wurde und sich da auch nicht positioniert wurde zu diesem Thema, ist zum Kotzen. Und ich sehe den Vereinsbeirat übrigens nicht als unsere heilige Stätte oder so, die wir huldigen sollten. Und ich glaube schon, dass es da einige gibt im Vereinsbeirat, die dieses Verständnis haben. Dass sie wirklich denken, sie wären sozusagen die besseren Mitglieder und sich ihrer Macht extrem bewusst sind. Und das nervt mich eigentlich, dass da ein Missverhältnis entsteht. Das sind im Endeffekt die Vertreter für uns alle, die da im Vereinsbeirat sitzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das die Vertreter von mir sind, von dir sind, von anderen Mitgliedern sind. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass das eher die Vertreter sind, die andere Interessen vertreten. Welche auch immer. Ich kann jetzt nur spekulieren, möchte ich aber an der Stelle noch nicht. Aber es ist sehr merkwürdig, was da abgeht. Und ich freue mich auf die Mitgliederversammlung im September. Weil da muss wirklich mit den Leuten, die damals Dietrich zur Seite standen, auch konsequent aufgeräumt werden. Ist meine Meinung. Ja und man darf ja auch nicht vergessen, der Vereinsbeirat ist ja das Gremium, das uns im Zuge der Ausgliederung als das Organ verkauft wurde, das unsere Mitgliederrechte stärkt. Ja und es ist halt schlichtweg nicht so. Also im Endeffekt entscheiden jetzt acht Leute darüber, wer Präsident wird. Denn sie entscheiden darüber, wer als Präsident überhaupt kandidieren darf. Und da kann es der beliebteste Präsident aller Zeiten sein, den von 72.000 Mitgliedern 60.000 gerne wählen würden. Und wenn dann vier Leute sagen, nö, der ist es nicht, dann können wir ihn auch nicht wählen. Und ja, schwierig. Also die Satzung des EVs ist eh ein bisschen schwierig, finde ich. Aber dieses Versprechen im Zuge der Ausgliederung, dass die Mitgliederrechte gestärkt werden, das sieht man aktuell ganz konkret am Beirat, der so unfassbar viel Macht hat. Das sind halt aktuell nur acht Leute. Da werden die Mitgliederrechte garantiert nicht gestärkt. Und das ist halt schon tragisch. Und da muss man wirklich auch großen Fokus auf diese acht Leute legen. Und man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, zu sagen, der Beirat ist der Beirat. Nee, also der Beirat besteht aus acht Leuten. Und acht Leute haben auch acht verschiedene Meinungen. Und auch dort gibt es natürlich Leute, die so denken und Leute, die so denken. Und man darf das auch da nicht pauschalisieren. Und das macht es ja nur umso spannender. Aber dass wir jetzt im Dezember 2020 nach dem Aufstieg, nach einer sensationellen Hinrunde oder nach sensationellen 13 Spieltagen und einem beliebten Präsidenten und einem beliebten Vorstandsvorsitzenden jetzt wieder diese gleiche Scheiße an Hacken haben wie im letzten Sommer, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Ja, also da gebe ich dir absolut recht, Vereinsbeirat, auch dort gibt es einen Richtungskampf, ganz klar. Also das ist auch das, was wir so mitbekommen. Da gibt es eben nicht einen Strang, an dem gezogen wird, sondern da gibt es unterschiedliche Ansichten zu diversen Themen. Und vielleicht ist es auch da wichtig, dass man mal überlegt, wen kann man eigentlich ansprechen. Ja, also es gibt ja jetzt aktuellen freien Posten im Vereinsbeirat, der besetzt werden darf. Also bis zum 18.01. können sich da Interessenten noch bewerben. Und man kann da durchaus mal überlegen, hey, wer kommt da eigentlich in Frage und wen könnte man da mal ansprechen. Weil so kann man natürlich auch dazu beitragen, dass der Verein in eine Richtung gelenkt wird, die einem vielleicht besser gefällt. Und gleiches gilt natürlich dann für die Positionen, die im September, also die anderen acht, die dann noch dazukommen, die dann auch neu vergeben werden müssen. Auch da kann man sich überlegen, wen kann man eigentlich aufstellen. Und hier ist es ja so, dass Klaus Vogt da am Ende sogar das letzte Wort hat, sollte er als Präsident bestätigt werden. Weil da wird ja vom Wahl, heißt es Wahlrat oder Wahlkommission, wie ist der genaue Ausdruck, weißt du es? Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Also da wird ja dann entschieden, wer zur Wahl aufgestellt wird. Interessant wird es natürlich, ja, wie es dann im Präsidium weitergeht. Weil da ist ja dann wiederum der dann zur Wahl auch stehende Vereinsbeirat wieder der erste Ansprechpartner. Also da muss man dann auch genau hingucken, wen der dann noch amtierende Vereinsbeirat zur Präsidiumswahl aufstellt. Die steht ja im September an. Ja, genau, das ist dieser legendäre Zirkelbezug. Genau, und das ist ja, du merkst ja immer mehr, umso länger du dich mit dieser Satzung und mit diesen ganzen Bezügen auseinandersetzt, merkst du, dass man versucht hat, Dietrich so stark wie möglich zu unterstützen mit diesen Gremien, die da geschaffen werden und mit den Strukturen, die da, mit der Satzung letzten Endes. Und dann merkt man erstmal, wie falsch da einige Dinge waren und wie wenig man als Mitglied eigentlich davon wusste. Natürlich kann man immer wieder sagen, ja, da stand ja in der Satzung. Aber okay, manches hat man so gar nicht richtig einschätzen können aus der damaligen Sicht. Und das wird einem jetzt erst richtig gewahr, was eigentlich einzelne Punkte bedeuten oder was die für Auswirkungen haben. Vor allem dann, wenn es mal kritisch wird, wenn vielleicht mal Leute zurücktreten oder abgewählt werden oder dergleichen, dann merkt man auf einmal, okay, so einfach ist es doch nicht. Und dann, wenn es mal geht, wenn es mal geht, wenn es mal geht, wenn es mal geht, dann, wenn es mal geht,